Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Superstar, sage, meine Stimme ist... Ich hab natürlich vergessen, etwas zu trinken, bevor ich ein neues Video anfange, deswegen mache ich das jetzt einfach hier drin. Warum? Weil ich's kann. Na gut. Mezzo Mix reinigt nicht so sehr die Stimme, wie ich's mir jetzt erhofft habe. Eine Frischwurz. Und genau deswegen können wir noch nicht hin, weil dieser scheiß Koopa den Weg versperrt. Wir brauchen den Koopa, später noch, aber dazu brauchen wir eine neue Fähigkeit. So, kleiner Mario, ganz groß. Pilz, ein Sirup und noch ein Sirup. Hm, ich überleg mir, soll ich nochmal zurück und die ganzen Monster besiegen? Nee. Äh! Mario! Mario! Ah, Fass Spaß Teil 1. Eine Kurzballade in zwei Sätzen nach Invinu Veritas. Ein leeres Fass steht einsam da. Taust du direkt darunter auf, so nimmt das Fässchen seinen Lauf. Wink mit dem Zaunpfahl! Und natürlich müssen wir uns hier draufstellen, wer hätt's gedacht. Bam! Burn, Baby, burn! Yeah! Und hoch mit euch, Jungs! Ja, ja, oh, Shy Guys! Hallöchen! Oh nein, ein Spuckbusch! Äh, ich hasse die Spuckbuscher. Die können einen vergiften. Mit den Viechern hier, das sind Viren. Savage Guy heißen die. Nicht Shy Guy. Okay, der, der rennt durch. Oh, und ich lauf trotzdem rein, natürlich! Wenn sie springen, bevor sie angreifen, dann, ähm, dann rennen sie. Wenn sie nicht springen, dann machen sie dieses komische... Ha, ich pfix dich! Da. Jetzt läuft er durch. Ich hab dich. Tot bist du. Spuckbusch, jetzt bist du dran. Ich hasse die Spuckbusche. Hab ich das schon mal erwähnt? Na gut, noch nicht. Die kamen erst einmal vor, aber... Dann sag ich's jetzt. Ich hasse sie. Gerade weil sie dich... ...vergiften können. So, mal sehen. Oh! Gib mir Geld! Ich hüpfe munter weiter und krieg so viel Geld. Ich wollt' nicht... Ja, und auf Stein kann Luigi dann wohl... Äh, Spielelogik. Egal! Dann gehen wir jetzt mal nach links. Oh nein, nicht schon wieder Seuche. Was ist hier? Gar nichts. Schön, schon wieder eine... Sackgasse! Aha. Geh ich mal hier rüber? Oh Gott! Fass-Spaß, Teil 2. Will neue Länder sehen, stehend auf dem Mann im Fass. Mein grüner Freund, der ist im Fass. Ich wähle die Aktion mit L, steige auf das Fass mit B. Okay, das ist schon etwas komplizierter. Ach, geht's hier nicht lang? Okay. Dann kämpfe ich mal... ...halt... ...gegen die Savage Guy. Ich wollt' eigentlich drauf springen. Piks mich doch! So, ich zeig' euch jetzt mal die Hacke, Brüder. Ha! Ja, da kann man so oft angreifen, wie man will. Und wie gingen nochmal die Schlag, Brüder? Ah! So gingen die! Und tot bist du. Ja, das sind geile Attacken, die wir jetzt bekommen haben. Und die machen auch sehr, sehr Spaß. Steh einfach nur rum! Ist klar. Nein! Nein! Doch! Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht das Klicken meines Controllers. Wenn ja, dann tut's mir leid. Hüps! Klingt lustig, wenn Mario das sagt. Und weiter geht die Reise! Schmierspeicherbuch. Walde Gard! Walde Gard! Wer ist denn Walde Gard? Oder was ist Walde Gard? Das ist Walde Gard. Ich bin Walde Gard, der Wächter dieses Waldes. What the fuck? In diesem Wald findet ihr die edlen Lachbärsträucher. Um hier zu passieren, müsst ihr drei Lachbären in drei Farben finden. Weiße Lachbäre. Rote Lachbäre. Rosé Lachbäre. Bringt Lachbären in diesen drei Farben her. Dann gewähre ich euch Einlass. Und woran erinnern die drei Farben dieses blöden Baumes? Rot, Weiß, Lila, sagen wir es Blau. Genau. Das Tricolore. Anders gesagt, die französische Nationalflagge. Da merkt man, dass dieser Wald sehr französisch angehaucht ist. Immer schön fleißig die Bohnen sammeln. Oh Gott, wo bin ich hier? Oh nee, der Scheiß. Sind unsere Körper auch getrennt? So fliegt mein Herz, wohin es will, bei einem Druck auf Start. Also die Poesie dieses Invino Veritas. Ich weiß nicht. So, Luigi stellt sich jetzt hier direkt davor, weil ich genau weiß, was jetzt kommt. Immer schön mit Start die Positionen wechseln. Ah. Zwei Luigi. Gib mir doch die Bohnen. Jetzt kommt nämlich das Zeitspiel. Genau, 15 Sekunden. Kann ich schon vergessen. Komm schon, Mario. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab die weiße Lachbeere. Was sagt uns die weiße Lachbeere? Ich bin eine weiße Lachbeere, weich und fruchtig. Cool. Das wollte jeder hören. Und mach mich groß, Luigi. Und hier ist noch ein X. Was ich komischerweise wieder verfehlt habe. Eine Grinsebohne. Autsch. Ich schmeiß heute dauernd irgendwas runter. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Das war von Anfang an so klar. Savage Guy. Ups. Oh. Ups. Komm schon. Und truff mit dem Hammer mit dir. Au. Das tut weh. Dieser Kampf kann jetzt ziemlich lange dauern, weil es ein langweiliger Kampf mit Spuckbüschen ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch wieder mal ein Eis backen, oder? Ich werde meine BP jetzt nicht verschwenden. Vielleicht am letzten. Obwohl. Und ja, das mit dem Eis backen. Das soll ein Running Deck werden. Nicht. Spuck Busch. Spuck woanders, du. Vandale. So. Gehen wir mal hier lang. Okay. So, Luigi. Hauen wir dir die wenigen Gehirnzellen, die du hast, noch mehr raus. Indem wir dich immer wieder an den Boden kloppen. Wie viele Grinzeboden habe ich jetzt eigentlich schon? Ich drücke immer wieder die falsche Taste. 14. Nicht schlecht für den Anfang. Okay, hier war anscheinend nur die rote. Euch werde ich nicht bekämpfen. Ihr seid mir zu blöd. Also die weiße haben wir jetzt schon. Ha, erwischt. Den Kampf mache ich doch, dann schneide ich mal. Du hüpfst. Und ich hüpfe viel zu früh. Warum nicht? Ich glaube, wenn man irgendwie eine bestimmte Taktik macht, dann fallen denen die Masken vom Gesicht und dann rennen die heulend weg oder so. Okay, das war jetzt gerade nicht kein so schwieriger Kampf. Ja, die schmeißen die Pfeile nach mir, deswegen ist das etwas doof. Uah. So, jetzt mal hier lang. Und ich bleib mal hier stehen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber let's play Mario und Luigi Superstar Saga. Right in my... Keine Ahnung. Ihr habt mir meine... Na gut, dann mache ich diesen Kampf noch. Die haben mir einfach so meine Verabschiedung versaut, die Säcke. Aua. Warum kriegt er mal mit Mario die Scheiße ab? Und sorry, da sind nicht viel Reden in meiner Stimme. Nee, gerade ab. Au. Nein, Luigi fällt nie hin. Warum immer noch Mario? Na gut, Luigi wird dauernd gemobbt von allen. Also, es ist wohl verständlich, dass Luigi auch mal mobben will. Egal, wir sehen uns aber nächstes Mal. Let's play Mario und Luigi Superstar Saga. Also, bis dann. Ciao.